Aus der Dose! Aus der Dose! Aus der Dose! Du musst jetzt viel zumachen und Uhren stecken. Das macht so aus. Schau, ich glitsche ganz schön. Die besten stecken hinten. Auf der roten Seite. Auf der roten Seite. Schau, ich hab das hier. Lopper! Was ist denn das da? Das ist Kevin Capernaum. Aber ich hab keine Elemente. Also die Handbewegung, die kann ich schon. Das weiß ich nicht. So. Was hast du denn gut auf für einen eckligen, grauen Zack gemixt? Keine Meinung. Aber schlecht schmeckt den auch nicht. Lass mich kosten. Privates Barmixing. Weee. Weee. Schau dir nicht nach. Den mag auch keiner mehr. Na? Du weißt. Du kommst mal auf, waschen ich schnell aus. Schmeckt maraguisch. Wasp. We perse drunk. Es geht da sau. Wir müssen uns heißen mal aus. 1,2 Nein, das ist jetzt.